Hier haben wir eine Showkabine, eine Mehrblickkabine für vier Personen. Darf ich das tun? Na klar. Hier haben wir ein Doppelbett, haben ein Stockbett für die Kinder oder auch für die vierten Personen. Und sonst haben wir alles schön großes Fenster. Man kann sich auch hier ins Fenster reinsetzen. Ist einfach super schön und ziemlich groß, finde ich eigentlich, für eine Außenkabine. Für eine Fernseh-Dusche und für vier Personen die Toiletten. Da hatten wir es jetzt auf der Ecke, wie wir es früher auch hatten, die Toilette. Was da ist. Super.